Du willst einfache Fotos in hochwertige Kunstwerke verwandeln? Das ist jetzt mit dem Truly Seen Art Box Plugin für Photoshop einfacher denn je. Du musst dafür kein Photoshop Profi sein und dich mit komplizierten Aktionen und Pinsel Einstellungen rumplagen. Truly Seen Art Box führt dich in vier simplen Schritten zu einzigartigen Ergebnissen. Kombiniere einfach die im Plugin enthaltenen Pinsel und Effekte, um jedes Mal ein individuelles Kunstwerk zu kreieren. Wenn du dem Ergebnis zusätzlich deinen eigenen Touch geben möchtest, kein Problem. Du hast Zugriff auf jede einzelne Ebene. Gehe jetzt auf den Marktplatz in deiner Adobe Creative Cloud App und hole dir das Truly Seen Art Box Plugin, womit du in nur wenigen Minuten zum Digital Artist wirst.